Am 7. September fand der 11. Schweriner Afrikatag statt. Im Garten des Schleswig-Holsteinhauses trafen sich Menschen aus den unterschiedlichsten Regionen Afrikas und Mecklenburg-Vorpommerns. Infostände informierten über die Vielfalt des Kontinents. Spannende Aktivitäten trugen zu einem bunten Miteinander bei. Aus Ost- und Westafrika wurden Kleinigkeiten auf dem Flohmarkt im Innenhof angeboten. Der Afrikatag ist eine beliebte Veranstaltung, welche die kulturelle Vielfalt des Kontinents aufzeigt.